Das soeben scheinbar offiziell gewordene Aus für die erhoffte Batterieforschungsfabrik hier in Itzehoe ist eine herbe Enttäuschung. Auch für uns als Unternehmensverband. Die Fabrik hätte hier in Schleswig-Holstein den einmaligen Anschluss an regenerative Energie gehabt. Es bleibt für uns unverständlich, wie der Bund dieses einmalige Potenzial nicht erkennen konnte. Jetzt heißt es aber Mund abwischen und weiter. Die Bewerbung hat, glaube ich, alle Beteiligten an dem Projekt weiter noch zusammengeschweißt. Und auch, ich glaube, dass die Region gestärkt tatsächlich aus dieser Niederlage hervorgeht. Wir bleiben natürlich von unseren qualifizierten Standorten überzeugt und legen nun alle Hoffnungen auf die vor uns liegenden Projekte. Ich nenne hier das LNG-Terminal in Brunsbüttel, aber insbesondere auch das Reallabor in der Region Heide, wo komplette Sektorenkopplung stattfinden soll mit grünem Wasserstoff und Dekarbonisierung, auch tatsächlich im industriellen Maßstab. Wenn nicht diese, dann liegt unsere Hoffnung doch darin, dass die nächste Bundesregierung erkennen will, dass die Westküste mit einer vernetzten Industrie- und Energiewirtschaft ein einmaliges Wirtschafts- und Wertschöpfungspotenzial bietet. Abschließend möchte ich mir noch einmal der Landesregierung danken für die aktive Begleitung dieser Bewerbung. Sie hat in Geschlossenheit gezeigt, dass sie hier agiert und finanzielle Möglichkeiten geschaffen, um diese Bewerbung überhaupt erst auf den Weg zu bringen.